Bei der 200. Ausgabe von Verstehen Sie Spaß wird es nicht besinnlich, sondern herrlich bescheuert. Francine Yondi geht Jörg Pilawa in die Falle. Arabella Kiesbauer erlebt eine echte Elfenhochzeit. Tané sorgt für die nicht ganz so stille Nacht. Andi Borg hat Ärger mit der Polizei und Isabel Varel kennt keine Hemmungen. Außerdem mit dabei Vanessa May, Santiano und die Ehrlich Brothers. Verstehen Sie Spaß? Samstag, 20.15 Uhr hier im Ersten. Untertitelung des ZDF.